Grüße! Ja, ihr habt mich ja vorhin schon gesehen bei der Podiumsdiskussion, wo es ja mit Silverblue und Micro S ging. Und ja, nun möchte ich natürlich selber einen Vortrag halt zur Micro S Desktop Auswahl der Desktop Oberflächen vergrößern. Mein Name ist Steve Zabka. Ich selber, ja, ich switche erstmal weiter zum Inhaltsüberblick. Gleich kommt erstmal eine Kurzvorstellung zu mir selber. Dann ein paar Daten und Fakten, speziell zu Obensuse Micro S. Anschließend werde ich mein Projekt Obensuse Baldor vorstellen. Das ist quasi Obensuse Micro S mit dem XFCE Desktop. Ja, richtig gehört. Dazu dann die Installation und Einrichtung und anschließend nochmal so ein kleiner Rundgang. Genau. So, jetzt was zu mir. Mein Name ist Steve Zabka, wie ihr vorhin schon gehört habt. Ich selber bin, ja, noch 30 Jahre jung bzw. alt. Hauptberuflich als Fachangestellter für Beta-Betriebe unterwegs und nebenberuflich selber als Softwareentwickler und Linux-Enthusiast unterwegs. Das heißt, ich selber bin eigentlich spezialisiert auf CAD-Anwendungen, die ich unter Linux portiere. Also zum Beispiel die Anwendung Fusion 360 oder Reno 3D oder Solidworks. Solche Anwendungen portiere ich unter Linux mithilfe von Wine. Das ist eigentlich so mein Spezialgebiet. Und jetzt seit knapp über einem Monat halt, habe ich mit dem Projekt Obensuse Baldor angefangen. Ansonsten bin ich halt auch Mitglied beim Autodesk Group Network und seit einiger Zeit auch Redakteur bei der Wine HQ Facebook-Seite. Genau. Und ansonsten in der Vergangenheit habe ich unter anderem auch hier diese Linux-Tage mal unterstützt gehabt als Sponsor. Und genau. So, kommen wir mal direkt zu den Daten und Fakten. Was ist eigentlich Obensuse Micros? Obensuse Micros ist ein modernes Linux-Betriebssystem bzw. eine Linux-Distro, auf dessen Basis quasi, oder die Grundbasis ist quasi Obensuse TumbleView. Obensuse TumbleView, wie vielleicht der eine oder andere weiß, ist das quasi eine Distro, wo ständig alles auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Also sei es die Pakete, sei es die ganzen Apps und so weiter. Das setzt man quasi hier bei dieser Distro-Variante als Unterbau ein. Und das Ganze aber als Read-Only-Datei-System. Das heißt, die Roote-Ebene ist bei diesem System hier komplett getrennt von der Benutzerebene. Das verhindert natürlich zufällige oder absichtliche Änderungen am eigentlichen System. Ich betone natürlich hier auch absichtliche Änderungen, weil die Sicherheit bei diesem System ist natürlich weitaus höher, also die Messlatte weitaus höher gelegt als zum normalen Linux-Distro, wo quasi jede Änderung, die man macht, ob man irgendwelche Pakete installiert, irgendwelche Anwendungen installiert, die greifen dann sofort. Und bei diesem System hier ist es aber so, dass quasi mit jeder Änderung, die man am Root-System oder der Roote-Ebene macht, wird ein Snapshot gemacht. Und diese Änderungen greifen im Normalfall erst nach einem Neustart. Es gibt natürlich noch einen Trick, wo man auch jegliche Änderungen, also nicht alle Änderungen, aber so kleine Programme wie NeoFetch oder so, kann man auch direkt in das neue Snapshot wechseln, ohne dass man einen Neustart machen muss. Genau. Transactional, ja, diese Transaktionalisierungstechnologie wird hier verwendet. Das heißt, man arbeitet nicht mehr direkt mit, also SIPA wird zwar verwendet hier unter der Variante, aber der Befehl lautet dann hier halt ganz anders, nämlich Transactional minus Update und dann PKG in und dann folgen halt die Paketnamen, so wie man es halt mit SIPA macht. Man kann SIPA nach wie vor auch verwenden im Terminal, um zum Beispiel nach Paketen zu suchen. So habe ich das zum Beispiel gemacht, um halt die ganzen Pakete rauszusuchen, die für die XFCE-Desktop-Umgebung wichtig sind. Genau. Welche Besonderheit gibt es noch? Es gibt hier bei oben so so micro als die Besonderheit mit dem Heal Checker. Das ist quasi so eine Auto-Rollback-Funktion, mit der man quasi die Möglichkeit bekommt, dass wenn im Hintergrund die Aktualisierungen stattfinden, also man selber hat eigentlich, wenn man jetzt oben so so micro als mit einem Desktop installiert hat, oder auch ohne, hat man eigentlich mit diesen ganzen Updates an sich nichts zu tun. Das passiert alles im Hintergrund vollautomatisch. Und wenn jetzt dort neue Updates eingespielt werden und man startet dann das System neu, dann wird erstmal geprüft, ob alles funktioniert oder ob nicht doch irgendein Paket mit dem anderen Paket sich beißt. Und wenn da ein Fehler auftaucht, dann wird einfach wieder das ältere Snapshot quasi gestartet und man landet quasi in einem funktionsfähigen System. Anschließend wird natürlich dann, wenn es dann wieder eine Neuerung gibt, also sprich, die Pakete sich geändert haben, irgendwann wieder ein Update durch vollzogen, dann startet das System später wieder neu und wenn das dann funktioniert, dann startet er auch die neue Snapshot-Variante. Genau. Ansonsten ist es kompatibel mit bestehenden Oben-SUSE oder SUSE Enterprise-Umgebung, weil es gibt ja nicht bloß die, ja, die Oben-SUSE-Micros-Variante mit der Basis Oben-SUSE-TampleView, sondern es gibt auch noch die andere Variante, diese Stable-Variante, die quasi als Unterbau-Lieb verwendet. Genau. Beziehungsweise halt die Pakete von SUSE direkt. Ansonsten Container-Wir-Cloud mit automatisierter Verwaltung und Patching, Cloud-Init für die anfängliche Systemkonfiguration während des ersten Starts in der Cloud, einschließlich OpenStack ist möglich, Compusion und in, oh, ich spreche höll ich jetzt richtig aus, in jetzt schon für die anfängliche Systemkonfiguration während des ersten Starts auf allen anderen Images. Bei der Variante bin ich gerade dabei, auch eine eigene Live-Image zu bauen für Oben-SUSE-Baldor, damit man dann später das Ganze auch ja, von einer Image-Datei direkt starten kann, beziehungsweise installieren kann. Denn meine Variante mit der XFCE-Desktop-Umgebung ist noch nicht im offiziellen Zweig drinne. Und komme ich dann später noch drauf zurück, denn es ist halt auch erst mal seitens der Oben-SUSE-Entwickler auch nicht geplant, weitere Desktop-Umgebung nämlich hinzuzufügen. Genau. Ansonsten erhält man noch den Podman, dieser Podman-Container-Runtime quasi mit dem Distro-Box, wo man die Möglichkeit hat, quasi verschiedene Container zu erstellen, wo zum Beispiel dann Ubuntu drinnen läuft, wo Oben-SUSE-Tample-View läuft und wo man in dem Container auch noch verschiedene Anwendungen beziehungsweise Pakete installieren kann. Genau. So. Jetzt habe ich hier in dem Beispiel mal Oben-SUSE-Aeon genommen. Vorher war es ja damals Oben-SUSE-Micro-Resktop, wo dann halt KDE und Gnome und die anderen System-Roles mit integriert waren. Man hat sich dann aber irgendwann dazu entschlossen, dass man halt, ja, verschiedene Namen vergibt für die Gnome- und KDE-Variante. Da muss es wohl im Hintergrund auch ein paar Probleme gegeben haben, meine Vermutung. Jedenfalls zur Veranschaulichung habe ich jetzt mal direkt hier dieses Bild genommen von SUSE direkt, was auch Richard Brown bei den, ach, ich komme gleich gar nicht, der hatte das jetzt erst vor kurzem bei so einem Event gehabt. Ich würde es dann im Nachgang auch nochmal reinschreiben in den Chat. Da könnt ihr euch auch das Video nochmal speziell anschauen, wo er auch nochmal die ganzen Neuerungen zu dem Oben-SUSE-Aeon vorstellt. Aber jetzt erstmal vom Aufbau her hier ist es bei Oben-SUSE-Baldor ähnlich wie unter Aeon. Man hat quasi unten, wie man schön sehen kann, das BaseOS, wo dann quasi bei mir statt Gnome XFCE mit drinnen ist, darunter natürlich das Micro-S und wie man dann weiter rechts auch sehen kann, sind halt diese klassischen RPM-Pakete von TumbleView, die dann halt in die einzelnen Schichten hochgehen. Das wäre halt dann erstmal die Graphical Applications, wo man quasi, wenn man oben so ein Micro-S mit Gnome, KDE oder XFCE installiert, die Anwendungen erhält als Flatpak-Variante und darüber hinaus hat man dann noch die Möglichkeit, mit der nächsten Ebene darüber, mithilfe von Podman beziehungsweise DistroBox natürlich noch weitere Container anzulegen, wo man dort halt auch speziell nochmal Anwendungen installieren kann, falls diese als Flatpak-Variante nicht vorhanden sein sollten. Und diese Anwendungen, die dann beispielsweise in diesem DistroBox, in diesem Extra-Container installiert sind, kann man dann per DistroBox-Export direkt wieder in die normale Benutzerebene reinholen. Genau. So muss man sich das vorstellen. Also es ist wirklich so, bei oben so ein Micro, ich betone jetzt mal mit Absicht Desktop, so gedacht, alle wichtigen Pakete, Treiber, sei es für Grafikkarte etc., installiert man in die Route-Ebene alles, was grafische Anwendungen angeht, sei es der Webbrowser, sei es Gnom-Calculator usw., als Flatpak-App ausliefern. Und falls das nicht vorhanden ist, dann greift man quasi drauf zurück auf diese DistroBox-Variante mit dem Container. Genau. Und darüber hinaus hätte man dann noch optionale Sachen, zum Beispiel, wenn man sich eigenes Skript oder sowas baut. Genau. So, kommen wir zum Nächsten. Hier habe ich jetzt mit Absicht mal eine Tabelle aufgestellt. ObenSuse Aeon, ganz klar, Gnom. ObenSuse Baldor, ja, ich habe dem Kind, wie gesagt, auch einen Namen gegeben. Ich bin der Meinung, man hätte es einfach bei ObenSuse Micro S Desktop belassen sollen, weil diese ganzen Namensgebungen, sind wir doch mal ehrlich, die verursachen nur Verwirrung. Aber ich bin einfach mal mitgezogen und genau. Dann haben wir noch auf der rechten Seite oben Suse Kalber, was ja quasi KDE Plasma ist. So, kommen wir erstmal zu Aeon. Wenn man das Ganze installiert hat, kommen wir ungefähr bei 1200 RPM-Paketen raus und bei circa 10 Flatpacks. Wobei, hier sei wichtig erwähnt, es sind im Endeffekt eigentlich nur drei Flatpack-Anwendungen und das ist einmal Firefox, einmal der Gnome Calculator und der von Gnome halt der Standard Editor. Ich komme jetzt bloß gerade nicht auf den Namen. Diese drei Anwendungen sind dann quasi vorhanden. Der Rest quasi in diesen 10 Flatpack, egal ob jetzt bei Aeon, Baldor oder Kalber, sind quasi nur diese ganzen Runtimes beziehungsweise diese Bibliotheken, die benötigt werden, um quasi diese Anwendungen darzustellen zu können. Genau. RAM-Auslastung, ich habe es mit reingenommen, aber sind wir ehrlich, das ist bei jedem System eh unterschiedlich und in der Regel, je mehr Arbeitsspeicher vorhanden ist, umso mehr ziehen die einzelnen Desktop-Umgebungen halt auch. Aber so in der virtuellen Umgebung von KVM habe ich das mal halt gemessen gehabt. Da war es bei Aeon ca. 850 MB, bei Baldor knapp 620 MB und Kalber 780. Genau. Als Software-Center kommt bei Aeon wie auch bei Baldor das Gnom-Software-Center zum Einsatz. Unter XFCE würde es ja in der Regel eigentlich kein Software-Center geben. Da aber unter Ubuntu zum Beispiel, unter Subbuntu, wenn man es genauer nimmt, dort ebenfalls der Gnom-Software-Center verwendet wird, habe ich mir gedacht, okay, baust du das hier auch ein, damit der Endanwender nicht mit dem Terminal unbedingt in Berührung kommen muss, sondern direkt ebenfalls eine grafische Verwaltung hat, um halt die ganzen Apps zu installieren, zu deinstallieren und so weiter. Kalber kommt natürlich mit KDE, also Discover aus, ebenfalls mit der FlatHub-Integration und genau. Wie erwähnt, Aeon und Kalber sind offiziell in den Images enthalten, wenn man jetzt oben suße Micro S sich halt herunterlädt, dann hat man das dort auch während der Installation als System-Roll. Bei Baldur ist es aktuell nicht der Fall, da man sehr vorsichtig momentan ist mit dem Hinzufügen weiterer Testumgebungen, wie man auf der rechten Seite auch unschwer erkennen kann, Weiterentwicklung erfolgt unregelmäßig bei Kalber, also sprich bei der KDE-Plasma-Geschichte. Denn das Ganze wird dort nämlich auch von einem Mann supportet und ich habe mal bei GitHub direkt reingeschaut, was da so eigentlich passiert, was dort halt so gepusht wird oder auch nicht gepusht wird und da ist mir halt aufgefallen, dass viele Sachen halt nicht gepusht werden, wo bestimmte Bugs halt gefixt werden könnten. Unter anderem habe ich selber mal oben Suse Kalber in der virtuellen Maschine installiert gehabt und er hat zum Beispiel diese First Boot Configuration, die eigentlich dafür sorgt, dass die Flat Hub Integration dann eigentlich auch funktioniert, dass man halt die Flatpack Apps installieren kann und so weiter. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe das zweimal wiederholt, es hat bei mir nicht geklappt. Also falls es bei euch funktioniert hat und da oben Suse Kalber, dann lasst mich das ruhig mal wissen, indem ihr das dann später in den Chat reinschreibt oder halt in der Fragerunde dann. Gut, Baldor, automatische GPU-Treiber-Erkennung und Installation. Da ist natürlich nicht bloß die GPU-Treiber-Erkennung beziehungsweise Installation gemeint, sondern auch die USB-CC-ID-Treiber für Chip- und Smartcard-Interface-Devices. Das bedeutet, mein Skript, was ich erstellt habe, schaut nach, welche Grafikkarte bei euch verbaut ist und installiert dementsprechend dann noch weitere Pakete, damit ihr später, falls ihr Lust habt zum Zocken, auch alle Pakete vorhanden sind, damit ihr dann halt auch spielen könnt. Ansonsten mit den USB-CC-ID-Treibern ist es halt damit gemeint, dass wenn ihr zum Beispiel, ich mache jetzt keine Werbung, aber wenn ihr einen Yubi-Key besitzt, den steckt ihr an, könnt direkt ins Web-Interface gehen, könnt eure Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, beziehungsweise gibt es auch von diesen Yubi-Co-Authentificator als Flatpak-App und der funktioniert ebenfalls nur, wenn diese bestimmten Treiber installiert sind. Das gibt es bei ARN nicht und das gibt es auch bei Calver nicht. Da müsst ihr selber übers Terminal, über diese Transaction-Update-Geschichte erstmal diese Pakete installieren. Kommen wir dann aber später hoffentlich noch darauf zurück. Genau. Das ist erstmal so der grundlegende Unterschied zwischen den drei Varianten, also als Desktop. Gut, kommen wir mal direkt zur Obensuse Micros nochmal mit dem XFCE. Obensuse Baldur, den Namen habe ich vergeben, wird ausgeliefert mit der wunderschönen und stabilen XFCE Desktop-Environment, sowie verschiedenen Tools und Treiber. Außerdem habe ich natürlich die Tastenkürzel für diese XFCE beziehungsweise Flatpack-Umgebung angepasst, da ja die ganzen Anwendungen ja als Flatpack-App installiert werden und nicht in der Hutebene. Und somit funktionieren natürlich diese ganzen Shortcuts hier unter Obensuse Micro S natürlich nicht. Und dafür habe ich dann speziell das Ganze angepasst und die Tastenkürzel werden bei der Installation von Obensuse Baldur auch automatisch bei dem jeweiligen Benutzer mit eingerichtet, dass der dann sofort loslegen kann. Ansonsten, wie gesagt, alle Anwendungen, Browser, Codex und so weiter werden von Flatpacks, von FlatHub bereitgestellt und können über das Software-Center installiert werden. Links auf dem Bild sehen wir mal die klassische Variante, wenn das Ganze installiert ist, circa gesagt 1191 RPM-Pakete sind es, um genauer zu sein und rechts Apps, so wie mein System jetzt gerade ist, eingerichtet. Jetzt habe ich mittlerweile 1736 RPM und ja, wie gesagt, hängt euch näher an der Zahl mit den 53 Flatpack-Apps auf, weil, wie vorhin bereits erwähnt, von den zehn sind eigentlich bloß drei davon diese Apps, die man auch zu Gesicht bekommt. Genau. So, GNOME Software plus FlatHub Integration, das ist voreingestellt bei dem Skript. ich bin noch am überlegen, ob ich das FlatSeal noch mit einbaue, denn, wer es vielleicht noch nicht kennt, FlatSeal ist quasi so eine Flatpack-Anwendung, mit der man die ganzen Permissions einstellen kann für jede App, die man installiert hat, beziehungsweise man kann es auch global machen und ich selber nutze halt FlatSeal zum Beispiel, um bestimmte Konfigurationen anwenden zu können in Bezug auf meinen 4K-Monitor, denn ich habe festgestellt, wo ich das ganze Projekt hier auf die Beine gestellt habe, dass es so ziemlich, so gut wie gar keine optimierten 4K-Teams gibt für den XFCE-Testop und ja, ich habe dann selber natürlich mir dann direkt das Nordic-Team geschnappt, habe das Ganze natürlich für die 4K-Auflösung optimiert, dazu habe ich dann natürlich auch noch ein Projekt erstellt, aber ja, das kann man natürlich dann alles direkt über FlatSeal konfigurieren. Ansonsten, egal ob Aeon, Calber oder Baldur, alle Flatpak-Apps werden standardmäßig im User-Mode installiert, das heißt, die Apps, die man installiert, sind auch nur für den jeweiligen Benutzer vorhanden und nicht irgendwo systemweit für alle anderen Benutzer installiert beziehungsweise erreichbar. Genau, hat ja schon erwähnt, alle Anwendungen als Flatpacks, wenn das nicht der Fall ist, dann mit der Distro-Box-Variante. Kommen wir jetzt direkt zur Installation. Die Basis für oben Suse-Baldur ist natürlich Micro S. Da es aktuell nicht in dem offiziellen Image vorhanden ist, ist die Installation natürlich ein bisschen kompliziert. Deswegen als Einsteiger sollte man sich das überlegen, ob man den Schritt wagt. Für die, die ein bisschen mehr Kenntnisse haben, was die Kommandozeile angeht, da kann man das auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, für Einsteiger da schaut euch dann bitte nochmal die Videos an auf meinem YouTube Kanal Crying Fly. Da habe ich das Ganze auch nochmal besser erklärt und dargestellt. Wie gesagt, für Einsteiger würde ich jetzt vielleicht noch nicht machen. Dann beschäftigt euch lieber erstmal mit Umsüße Aeon beziehungsweise Calva. Genau. Ansonsten als System Role wird quasi direkt Micro S ausgewählt, wenn man die Installation hier macht. Wie man sieht, Micro S wird dann ausgeliefert mit dem Transactional Update PKG in, das steht ja dort auch schon da, mit dessen man quasi diese Zipper Variante macht, dass man dann halt die Pakete installieren kann. Im nächsten Schritt während der Installation habe ich halt festgestellt, dass bei der System Role, also hier bei der Micro S Geschichte standardmäßig eine separate Partition für das Wahr Verzeichnis erstellt wird und bei Aeon und Calva wird ein Subvolume erstellt unter dem Roots Verzeichnis und das kann man natürlich ändern oder auch lassen je nachdem was für euch selber für euer Einsatz Szenario besser ist ich selber habe mich natürlich orientiert an Aeon und deswegen habe ich natürlich dann direkt das Partitions Schema dann geändert und habe quasi statt der separaten Partition für das Wahr Verzeichnis ein Subvolume erstellt und das geht eigentlich ganz einfach wenn man quasi diese Installations Zusammenfassung sieht bevor man dann auf Installieren klickt hat man ganz oben links quasi das Menü mit der Partitionierung wenn man da reingeht erhält man auf der rechten Seite dann erstmal die Anzeige was aktuell gerade vorgeschlagen wird und dann kann man auf Expert Partitioner gehen wo man dann wieder zwei Möglichkeiten hat einmal mit dem Vorschlag arbeiten oder mit den vorhandenen Partitionen arbeiten ich würde euch auf jeden Fall empfehlen nehmt bitte das vorgeschlagene außer ihr habt mehrere Festplatten im System dann baut es bitte selber genau im Beispiel jetzt aber mit dem vorgeschlagenen würde man dann quasi hierher kommen und dann würde man diese extra Partition quasi in diesem Fenster hier löschen und würde dann in das Roots Verzeichnis quasi dort gehen wo man die ganzen Subvolumes sieht und würde dann einfach unten auf Add Subvolume gehen hier sind natürlich jetzt alles auf Englisch weil ich denke der eine oder andere aus dem Englisch Sprachraum wird bestimmt auch hier diese Präsentation sehen deswegen habe ich das auch bewusst auf Englisch gelassen genau auf Add Subvolume und dann gibt man quasi einfach diese Add slash war ein erstellt das Ganze und dann existiert auch dieses Subvolume dafür ja wenn man dann im rechten Bild das Ganze den 5 GB und ButterFS und so weiter das kann man aber ignorieren ignorieren in Klammern wichtig hier habe ich jetzt glaube ich ein Beispiel erstellt mit 20 GB das ist ja sehr wenig ich empfehle euch auf jeden Fall mehr also ich würde mit 50 GB arbeiten selbst das könnte unter anderem je nachdem was ihr eingestellt habt mit den Snapshots eng wäre genau aber in dem Beispiel habe ich jetzt 20 GB genommen das hat auch alles super geklappt und läuft auch in der VM aber mein System was ja jetzt hier gerade läuft ist auch umsüße Baldor gut anschließend ja habe ich das auf der linken Seite mal durchgestrichen oben mit der Partitionierung und man hat natürlich noch weitere Optionen wo man zum Beispiel die Software anpassen kann aber wenn ihr dort auf Software klickt na gerade damals bei ich glaube bei Leap oder Tumpleview war das ja der Fall da konnte man ja auch als System Roll kein XFC oder Cinnamon oder sowas auswählen ihr braucht sie gar nicht erst probieren ihr bekommt dort nicht die Option dass ihr XFC oder Cinnamon oder sowas installieren könnt das existiert einfach da nicht genau ihr könnt natürlich dort zwar noch andere Pakete zusätzlich installieren wenn ihr das wollt aber so die klassischen anderen Desktop Varianten könnt ihr dort halt nicht installieren ansonsten weil ich vorhin bei der Podiumsdiskussion das Thema ja hatte mit der Bridge-Funktion falls ihr mal KVM oder so nutzen wollt hier unter oben so sie Micros könnt ihr direkt wenn ihr natürlich eine separate LAN-Anschluss habt könnt ihr direkt unter Network Configuration gehen und könnt direkt dort eine Netzwerkbrücke also diese Bridge erstellen also das würde ich euch direkt empfehlen macht das gleich während der Installation nämlich hinterher das funktioniert für Aeon für Calver und halt auch für alle anderen Sachen halt genau gut ansonsten dann einfach klassisch auf Install klicken und anschließend würde man dann nach dem Neustart in der Kommandozeile landen natürlich wäre dort kein Neo-Fetch vorhanden außer ihr habt das während der Installation dort bei den Software halt extra mit ausgewählt dass das mit installiert wird ansonsten ich selber habe es natürlich schon so gemacht hier für das Bild das seht ihr auch nochmal das sind knapp 320 RPM Pakete das ist quasi wirklich die Basis von OpenSUSE Micros sind eigentlich 319 wenn man jetzt Neo-Fetch wegnimmt und wie man jetzt halt auch unschwer erkennen kann das ist halt jetzt dieses Problem aktuell dass man wenn man OpenSUSE Baldor einrichten möchte halt diese lange Befehlskette eingeben muss und deswegen auch hier muss auf die richtige Schreibweise geachtet werden sonst passiert einfach nichts aber wenn man uns richtig eingegeben hat dann sieht man wie auf der rechten Seite dass ja noch ist es so ein bisschen farblich bloß dargestellt wird sich aber später noch ein bisschen ändern wird man direkt dann erstmal gefragt ob man einen neuen Benutzer erstellen möchte wenn ja dann kann man ein Benutzerkonto erstellen ohne Root-Privilegien natürlich und anschließend vergibt man gleich direkt ein Passwort und danach wird auch direkt schon die Grafikkartenerkennung gemacht die ganzen Treiber installiert das mit dem XFCE Desktop installiert LightDM wird hier verwendet für den Login oder als Login Manager das heißt auch nach dem Neustart wenn alles ordnungsgemäß funktioniert hat landet ihr direkt in der grafischen Umgebung wo ihr euch mit eurem Benutzerkonto dann anmelden könnt hier ist jetzt noch was mir das gerade einfällt noch die alte Variante was heißt alte Variante man kann zwecks der First Boot Configuration was man ja hat bei Calver und Aeon war es bis gestern noch so dass wenn man auf Nein gegangen ist dass diese First Boot Configuration nicht ins Roots Verzeichnis abgespeichert oder abgelegt wird somit hätte man dann später das Problem mit der Einrichtung von Flatpak das habe ich aber heute noch alles gefixt dass trotzdem selbst wenn man keinen neuen Benutzer erstellt dass das alles in die Roote-Ebene gepackt wird wer es genauer wissen will dieses Mod First Boot File wird unter das Roots Verzeichnis USR slash Bin abgelegt und da ist es dann völlig egal ob man dann wenn man dann später über das Terminal dann noch einen weiteren Benutzer hinzufügt dann kann man direkt diese Boot diese First Boot Configuration aus dem Roots Verzeichnis starten und dann wird auch direkt der ganze Prozess gestartet dass dann halt die Flatpak Umgebung eingerichtet wird auf dem jeweiligen Desktop von dem neuen Benutzer genau genau nach der ersten Anmeldung wie schon bereits erwähnt findet dann diese Erstkonfiguration statt der Flatpak Runtime auf dem linken Bild sieht man das auch das ist identisch wie bei Aeon weil ich habe natürlich mich an Aeon auch orientiert so wie es halt auch Richard Brown ja auch vorgeschlagen hat und von daher mache ich das auch es werden auch die drei Sachen installiert im Webbrowser sprich Firefox dann als Taschenrechner der Gnome Calculator und als Texteditor aktuell Mousepad da will ich aber wahrscheinlich zu der KDE Variante switchen weil die einfach viel viel mehr Funktionen bietet aber mal schau ansonsten halt wie gesagt bin ich noch am überlegen Flat Seal mit zu integrieren und hier auf der rechten Seite sieht man jetzt auch diese Mod First Boot Datei um genau zu sein sogar bei dem Open Build System ja bei der Seite wo man quasi diese ganzen Packages und ganzen Images auch bauen kann und ja das ist eigentlich eine ganz einfache Bash Datei die da aufgerufen wird wo halt erstmal abgefragt wird ist das Internet überhaupt angeschlossen also hat man eine Verbindung nach außen zum Internet und wenn ja dann wird erstmal ganz klassisch die Flat Hub Repositoring zugefügt und anschließend halt die Anwendungen installiert und zum Schluss das ist die Besonderheit dann auch habe ich dafür gesorgt dass natürlich diese Mod First Boot Geschichte beim nächsten bei der nächsten Anmeldung nicht mehr gestartet wird denn am Ende des Skriptes wird quasi eine ein Terminate Befehl ausgeführt das quasi diese Desktop Datei ja also es ist ja so dass bei jedem Benutzer wird eine Desktop Datei zu dieser Mod First Boot erstellt und das Ganze ist natürlich dann abgelegt in dem Homes Verzeichnis .config slash Autostart und da drin ist dann halt diese Desktop Datei und diese Desktop Datei löscht sich dann mithilfe der Mod First Boot Datei zum Schluss und somit findet diese erneute First Boot Configuration bei der nächsten Anmeldung dann nicht mehr statt aber man kann halt wie gesagt jederzeit das Ganze nochmal durchführen falls irgendwas schief gegangen ist weil das ist so eine Sache ich habe es erlebt unter ARN auch unter Calpa unter Calpa mehr als unter ARN dass manchmal aus irgendeinem Grund die First Boot Configuration abgestürzt ist und ja als Laie wüsste man dann nicht was man machen soll und mit meiner Präsentation wisst ihr natürlich jetzt wie es geht dass man trotzdem diese First Boot Configuration erneut starten kann weil unter ARN wie gesagt das ist dasselbe Pfad wie bei mir unter wie gesagt im Roots Verzeichnis USR slash bin und dann in dem Verzeichnis ist es dran drin genau so ich würde sagen jetzt kommen wir erstmal direkt zum Rundgang ich glaube da sind auch viele gespannt wie denn überhaupt mein Desktop hier aussieht ähm da gehen wir mal hier raus und switchen mal direkt hier rüber ja ich habe eine KI generierte oder AI generierte äh ja ein Chamäleon hier als Hintergrundbild und natürlich hier versteckt meine kleine Leiste wo halt alle wichtigen Apps die ich so benötige ähm ja drauf abgelegt habe und wie ihr auch unschwer erkennen könnt ist das Design halt ähm auch sehr angelegt an das Farbkonzept von oben Suse also gerade wenn ich jetzt hier mal hier reingehe ins Verzeichnis sind halt auch diese typischen Primärfarben ähm wobei jetzt diese Farben hier von Manjaro ähm sind aber das halt am besten auch zu dem Farbkonzept von oben Suse passt genauso habe ich dann halt hier auch speziell oben das ganze Farbkonzept auch noch mit reingenommen dass man halt hier einfach ja Kalenderfunktion beziehungsweise die Uhrzeit angezeigt bekommt und ähm ich selber bin halt immer ein Freund aufgrund meiner ganzen Tests die ich so mache ich möchte natürlich immer wissen was die aktuelle Temperatur von meinem Prozessor ist und von meiner Grafikkarte wobei Grafikkarte habe ich zwei Stück verbaut ähm um genauer zu sein eine AMD Radeon Pro W6800 die ist jetzt aktuell gerade auch hier aktiv für die Bildausgabe und das kleinere Schwesternmodell setze ich zum Beispiel ein um das ganze ähm ähm im KVM Manager halt durchzureichen an meine virtuellen Maschinen falls ich diese Grafikkarte denn brauche na in der Regel verwende ich natürlich diesen SPICE Server der reicht eigentlich aus aber wenn dann doch mal Grafik äh Grafik Intend äh falls dann doch mal Anwendungen sind die mehr Grafikspeicher benötigen dann arbeite ich natürlich mit dem Durchreichen der Grafikkarte das klappt auch wunderbar und äh dasselbe mache ich auch mit meiner Tastatur und Maus und allen anderen Endgeräten die ich halt so benötige da habe ich allerdings eine extra PCI Express Karte ähm verbaut die quasi 3.1 äh unterstützt und ähm mein Monitor den ich ja quasi äh als Hauptmonitor habe der hat einen physischen KVM Switch und der ermöglicht mir quasi dass ich hin und her schalten kann zwischen meiner zwischen meinem Gast und meinem Hauptsystem ja physisch davon gibt es nur wenige Monitore die das tatsächlich beherrschen denn die meisten unterstützen das bloß softwareseitig und da ist ja findet man das eher bei Windows die Software aber nicht unter Linux genau falls ihr euch dafür interessiert welchen Monitor ich habe dann einfach mal später ähm nachfragen genau und hier seht ihr jetzt auch ganz speziell ähm verwende ich jetzt hier das Nordic Team wobei der glaube ich genau hier das Nordic Team und ähm hier speziell das WM Team das Nordic minus V40 minus XHTP das ist quasi das Ganze was von mir angepasst wurde dass das hier auf dem 4K Monitor alles korrekt dargestellt wird ich kann euch das ja mal ganz kurz demonstrieren wie das aussieht ähm gehen wir mal in die Fenster Verwaltung und wenn ich jetzt hier das normale Nordic auswähle dann seht ihr dann sind die Buttons hier oben extrem klein ähm normalerweise würde jetzt sich das andere auch noch verkleinern das möchte ich jetzt aber ungern machen weil ich nicht weiß wie sich das jetzt im Live-Betrieb jetzt hier verhalten würde aber ich denke das sollte hier schon ganz gut demonstrieren was passiert ähm wenn man halt hier oben so Micro S mit XFCE hier unter einem 4K Monitor verwendet wie gesagt das Team habe ich speziell nochmal angepasst und ich werde auch in der nächsten Zeit noch weitere Teams bauen ähm die im Übrigen nicht bloß hier funktionieren unter oben so Micro S sondern auch auf jeder anderen Linux Distro wo man halt einen 4K Monitor gerne verwenden will klar es gibt hier diese Default HTTP beziehungsweise hier die Default XHTP Variante aber sind wir mal ehrlich die ist nicht wirklich hübsch genau ansonsten weitere Einstellung wäre dann im Erscheinungsbild wo man dann natürlich hier ähm weitere Designs machen kann für das Nordic für die Symbole hier seht ihr auch Tela Circle Manjahu Dark habe ich hier im Einsatz und bei den Einstellungen ist dann hier ganz wichtig dass man Fensterskalierung auf 2 ja 2x halt einstellt genau ansonsten ähm jetzt habe ich es geschlossen gehen wir mal zu den Shortcuts was ich ja vorhin erwähnt hatte und die sehen wie folgt aus so kann man sich das ganze vorstellen auf der linken Seite sehen wir auch überall Flatpak Run Org Gnome Calculator na und da spreche ich halt bewusst mit den ganzen Shortcuts auf der rechten Seite das sind dieselben wie beim normalen XFCE zum Teil nur dass ich dann halt hier die Befehle geändert habe dass dann halt auch die rechten Anwendungen gestartet werden natürlich standardmäßig egal ob bei Aeon Calva oder wie hier bei Baldor werden natürlich nur drei Anwendungen installiert aber ich habe schon vorgesorgt falls ihr mehr Anwendungen installiert also so diese typischen Standard Anwendungen unter dem XFCE Desktop hier unter oben dann könnt ihr direkt mit den Shortcuts arbeiten also da habe ich die Arbeit euch direkt abgenommen es werden voraussichtlich noch ein paar weitere Folgen aber ich wollte halt natürlich dem N anwende das so einfach wie möglich machen deswegen ja auch das GNOME Software Sender und genau das wären dann halt diese ganzen Shortcuts nein so jetzt gehen wir noch auf den Punkt mit dem Flat Ziel ein das kann ich euch nur wirklich empfehlen installiert euch das wenn egal ob ihr jetzt mit oben so micro also mit bald oder oder kalber arbeit oder halt mit silver blue installiert es euch macht es bitte weil ihr könnt hier diese ganzen permissions ändern ihr könnt es global für alle anwendungen machen oder halt für jede App einzeln und was ich zum Beispiel gemacht habe ist damit auch hier bei jeder Flat Pack App auch natürlich mein Team beziehungsweise auch die Icons greifen habe ich das Ganze natürlich hier mit Hilfe von Flat Ziel eingestellt natürlich kann man das übers Terminal machen aber die Variante hier ist einfacher unkomplizierter so und das ist eigentlich schon der Trick wenn man dann unter global runter switch zu File System dann erstellt man quasi hier diese zwei Ordner nämlich im Home Verzeichen ist einfach ein Ordner Punkt Icons anlegen und ein Ordner Punkt Teams und da packt er die ganzen Sachen rein und dann unter Environment müsst ihr natürlich hier noch sagen den Flatpack Apps sagen welches Team geladen werden soll und welche Icons geladen werden soll und diese Variante ist ganz ganz wichtig weil diese Skalierung für die 4K Auflösung funktioniert nämlich bei QT Anwendungen nämlich auch nicht gleich out of the box sondern dann müsst ihr hier einfach QT unterstrich scale unterstrich faktor ist gleich zwei vergeben und dann wird zum Beispiel auch der VLC Player der so eine QT Anwendung ist auch korrekt dargestellt mit der Schriftart ansonsten wäre nämlich der VLC Player der falschen Darstellung also halt genauso wie vorhin gerade gezeigt mit den Fenster Knöpfen hier oben wäre die Schrift sehr klein fast gar nicht lesbar sage ich mal und das sind dann halt so die Tricks die man anwenden kann genau ich selber setze natürlich jetzt hier oben so sind Micrise in Kombination mit dem XFCE Desktop seit knapp ich glaube zwei Monaten schon ein das Projekt ist schon existiert über einen Monat und es war eigentlich bloß ein Projekt also so ein Hobby ich wollte es mir dann selber einfach einfacher machen dass wenn ich das System doch mal aus irgendeinem Grund neu aufsetze dass ich dann nicht mal wieder von vorne anfange sondern einfach das Skript mir von GitHub runterziehe das ausführe und dann direkt mein System so wie ich es habe direkt wieder habe und dann kam aber von anderen Leuten auch die Frage hey ich würde das auch gerne haben und ja dann führte eins zum anderen genau so ansonsten würde ich noch kurz rüber switchen zu der Projektseite und dann komme direkt schon zum Fazit und zur Fragerunde so das wäre meine Projektseite unter GitHub unter meinem Namen Cryingfly dann oben suche minus Micros und hier findet ihr eine ausführliche Anleitung nicht nur speziell zu Aeon und Calva sondern äh falsch nicht nur speziell zu Baldur sondern halt auch zu Aeon und Calva wie ihr zum Beispiel den KVM einrichten könnt wie ihr bei KVM die Grafikkarte durchreichen könnt wie ihr zum Beispiel die virtuellen Maschinen auf eine andere Festplatte packen könnt dass ihr die Festplatte woanders anstöpselt und dann meinetwegen unter Silverblue dort die na die den Gast quasi einfach starten könnt wie ihr die einzelnen Flatpak Runtimes Apps einrichten installieren könnt und zum Beispiel auch den OBS Studio beziehungsweise Elgato Stream Deck ja richtig gehört ich selber verwende jetzt zum Beispiel auch gerade von Elgato das Stream Deck ohne jetzt hier Werbung zu machen das funktioniert prima unter Linux allerdings müssen da ein paar Konfigurationen getätigt werden aber das ja findet ihr natürlich dann alles hier unten indem man einfach weiter runter scrollt natürlich dann auch mit dem YubiKeys die ja mit den YubiKeys denn wie gesagt unter Aeon und Teilweise wird das Ganze halt nicht standardmäßig eingerichtet dass man halt den Stick anschließen kann und dann halt sofort nutzen kann das gleiche mit KDE Connect beziehungsweise das Gegenstück für Gnome ist ja das GS Connect Gnome Extension das funktioniert natürlich auch nicht gleich auf Anhieb unter Aeon sondern da muss man natürlich dann Firewall D einrichten und natürlich dann auch dort die Ports freigeben das taucht zum Beispiel in der offiziellen Wiki von oben so sie Micro S Aeon oder halt Calva nicht auf das findet ihr aktuell bloß bei mir hier in der ja in meiner Wiki halt solche speziellen Sachen das will ich natürlich alles noch rüber pushen in die offizielle Wiki aber aktuell findet ihr das halt hier und halt weiter unten halt wie gesagt das speziell zu oben Suse Baldor ach weil ich das hier gerade sehe mit den anderen Sprachen also wenn ihr jetzt aktuell oben Suse Baldor einrichtet kommt ihr egal was ihr während der Installation von der Basis Variante von Micro S einstellt ihr erhaltet eine englische Oberfläche bei XFCE aktuell das funktioniert noch nicht automatisch dass da die richtige Sprache ausgewählt wird bin ich aber schon momentan am arbeiten aber wir switchen mal runter beste Lösung kann ich nur jedem empfehlen egal auf welcher Distro ihr unterwegs seid geht einfach auf die wiki von archlinux .org und da findet ihr wirklich so viele Hilfestellungen die ihr auch auf anderen Linux Distros anwenden könnt genau so da kommen wir mal wieder zum Vortrag zurück ich hoffe das klappt jetzt auch gleich alles hat gleich auf Anhieb geklappt Fazit heute treibt Linux viele Maschinen an von Mobiltelefon bis hin zu Tablets Laptops und so weiter es gibt zahlreiche Möglichkeiten unter oben zu Microsoft um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen ist klar entweder installiert man sich Microsoft blank ohne Desktop oder halt mit Desktop dann wie gesagt man kann halt mit Hilfe von Podman und halt den Containern halt auch verschiedene Systeme einrichten auf dem Micro S System dass man halt zum Beispiel Ubuntu in einem Container laufen lässt oder Fetora man hat die Flatpack Umgebung wo man halt die neuesten Apps bekommt man hat den Unterbau von Micro S selber wo man halt immer up to date ist wobei hier noch an der Stelle gesagt sein sollte das natürlich das ist jetzt meine persönliche Ansicht dadurch dass es TumbleView als Unterbau ist ist es stabiler als zum Beispiel unter Manjaro weil wobei unter Manjaro bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher aber unter Arch Linux ist es ja so dass wirklich das Neueste direkt gepusht wird und bei TumbleView ist es ja so da findet nochmal eine kleine Kontrolle statt bevor das Ganze gepusht wird aber mit dem Heal Checker ist ja kein Problem wenn doch irgendwas nicht funktioniert während des Neustarts wird dann einfach automatisch das ältere Snapshot ausgewählt bevor man quasi selber irgendwelche Änderungen gemacht hat und dann kann man mit dem System ganz normal arbeiten ansonsten gibt es natürlich auch einige Probleme nicht alle Desktop Varianten werden aktuell unter oben zu micro OS unterstützt was was meine ich damit das hatte ich ja jetzt gar nicht direkt gezeigt aber wenn da noch Zeit ist würde ich das dann noch zeigen aber es ist so AR und Calva kann man während der Installation auswählen kein Problem was ich mache ist nach der Installation deswegen funktioniert ja auch mein Skript man hat Zugriff auf die oben suce Templeview Repositories und dadurch hat man auch automatisch Zugriff dann nach der Installation auf die ganzen anderen Pakete und natürlich auch die Desktop Umgebungen xfce kann ich euch gleich sagen ich habe dafür nicht nur eine Woche gebraucht ich habe da glaube ich wirklich zwei Wochen dran gesessen um das halbwegs reibungslos umzusetzen weil aufgrund der Transaction Geschichte also mit dem Root Only Dateisystem muss man natürlich da ein paar andere Konfigurationen tätigen das natürlich während der Installation von den ganzen Paketen und natürlich auch der Einrichtung des Benutzers und 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 das natürlich das dann auch nach dem Neustart auch funktioniert und umgesetzt wird das ist nämlich gar nicht so einfach und aktuell habe ich natürlich auch Cinnamon und Marte sowie auch den Bagi Desktop getestet und kann ich euch versprechen bei Cinnamon und Marte hier landet zwar auf dem Desktop aber der ist völlig unbrauchbar da bin ich noch am Schauen dass ich dort auch noch nachschaue woran es liegt also meine Vermutung ist dass dort ich halt ebenfalls wie unter XFCE noch paar Pakete auswählen muss also mit installieren muss das Ganze muss man natürlich manuell machen aber ihr seht ich arbeite nicht nur an XFCE sondern auch noch an den anderen weil ich bin der Meinung jeder Linux User sollte das Recht haben sich seine eigene Oberfläche auszuwählen nach wie vor egal ob das jetzt hier ja mit diesen Root Root Only Dateisystem ist also dass man halt das Ganze abherden möchte mit Aeon und Calver ich möchte halt dass die anderen eigentlich auch mit reinkommen meine persönliche Ansicht genau Installation und Konfiguration sowie das hinzufolgen weitere Funktionen ist natürlich wie gesagt schwer 4K Themes hatte ich ja schon erwähnt und ganz wichtig der letzte Punkt die Dokumentation die man findet zum Teil im Internet sind zum Teil unvollständig und bei manchen Sachen fehlt es einfach also ganz wichtiger Punkt deswegen habe ich das ja auch hingeschrieben Erstellung eigener Images also wo ich mich hingesetzt habe um halt so ein eigenes Image zu bauen mit Kiwi Früher war das unter ObenSUSE viel viel einfacher um solche Images zu bauen jetzt muss ich sagen für selbst welche die mit Linux schon ja tiefer in der Materie sind ist es echt schwer zu verstehen solche eigenen Images zu bauen und vor allem dann noch on top wenn man halt noch so ein System baut wie ich jetzt mit dem ObenSUSE Micro S wo halt die Route Ebene von der Benutzerebene getrennt ist Na also mit Templeview habe ich das ganz easy hinbekommen so ein Image zu erstellen aber mit Micro S in Kombination mit dem XFCE Desktop das ist nochmal eine ganz andere Liga also hier würde ich mir auch gerne wünschen dass da die Dokumentation besser wird und mit Dokumentation meine ich nicht jetzt bloß im deutschsprachigen Raum sondern generell in jeder Sprache weil es gibt dazu auch nicht im englischsprachigen Raum deswegen habe ich den Punkt hier auch ganz bewusst mit reingenommen genau ich würde mal kurz auf den Desktop switchen damit ihr seht wie ich das gemacht habe mit den Suchen der du bist schon 10 Minuten über deine eigentlichen Zeit ok ich bin schon drüber dann würde ich bloß ganz schnell den Befehl eingeben und dann wäre ich auch schon direkt fertig also Super Search und dann einfach Desktop und dann bekommt man hier direkt diese ganzen Patterns in Desktops angezeigt mehr war es gar nicht genau ansonsten zum Schluss noch ja vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und natürlich ganz zum Schluss noch die wichtigen Links ganz zum Schluss noch reingepackt und hier nochmal vielen Dank an meinen Sponsor T-Forge genau das war's und jetzt bin ich wirklich fertig danke dass ihr mich das überziehen lassen habt gut ansonsten falls Fragen sind dann natürlich wegen der Zeit einfach in den anderen Raum kommen und da könnt ihr mir alle Fragen stellen die ihr wollt gut dann vielen Dank und an r 2 Bis zum nächsten Mal.